Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben, und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen? Oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. Ich denke mal, wir werden wirklich mehr Handgranaten mitnehmen. Nur mal die amerikanische mit. Landmean, Eck. Sprengfallen lassen wir auf. Dynamit können wir... Ja, können wir auch mitnehmen. Würde ich sagen, go. Da sind wir. So, dann drehe ich das Kirchendach. So, natürlich leise vorgehen. Ah, da ist schon einer. Oh, und ein kaputter Tigerpanzer. Davon ist auch noch einer. In dem Haus. Zackig. Ein brennender Tigerpanzer. Schade. Okay, das Kirchensignal ist also... Okay, die KI hat uns natürlich wieder mal entdeckt. Die hätte es auch anders sein können. Zack, weg. So, auch der Fritz ist dautsch. Daut? Also. Au. Die haben wir gar nicht richtig gesehen, aber... Kopfschuss. Jawohl. Da ist doch noch einer. Oh, der Tigerpanzer geht noch. So, wir warten, bis unsere Lungen sich mit Luft gefüllt haben. So, wir warten, bis unsere Lungen sich mit Luft gefüllt haben. Jawohl, geht doch. Jawohl, geht doch. So, wir warten. So, wir warten, bis unsere Lungen sich mit Luft gefüllt haben. und dann rein in die Stielgranate. Ja, war jetzt clever. Hat der jetzt einen Stielgranate? Hat der nicht, oder? So wie es aussieht, nicht. Das ist der Klappspartner, der hat keine Garnate einsteckt. Das ist der Klappspartner, der hat keine Garnate einsteckt. Na komm, mach nochmal Down. Gucken wir nochmal den Gong. Wie, jetzt war's das? Kein Gong mehr? Okay, jetzt geht's. Okay, das ist der Klappspartner. Ich hab's nichtими. Es wird schnell gespielt. Das ist der Klappspartner. Ich will den Tiger ausschalten Du Ratsch Ich schaue noch eine, nicht? Wo ist denn? Sucht weiter! Wer hätte das ganze auch still und leise machen können, aber naja, warum auch? Das ist nur dann! Also entweder taugt mein Maschinengewehr gar nichts, also das Maschinengewehr muss echt hier gar nichts taugen was man hat, das ist Drama, das verzieht sowas von, aber der Maschinengewehr Ja So kommt nicht kill jetzt hier Komm, liebe Ohr, liebe Ohr, liebe Ohr. Wirklich, jetzt wäre es ganz prickelnd, jetzt wäre es prickelnd. Komm, liebe Ohr, liebe Ohr, liebe Ohr, liebe Ohr. Wirklich, bis jetzt? Wirklich, bis jetzt wieder. Wirklich, bis jetzt wieder einmal. Soge ich auch wieder. Wirklich, bis jetzt wieder. Dass ich jetzt nicht wiederholen habe. Ich bin jetzt wiederholen, weil ich nicht wiederholen kann. Ich bin jetzt in derszüge. Wirklich, bis jetzt direkt. Die Venture, bis jetzt noch nicht weiter die Welt. Oder, bis jetzt jetzt noch einen Aufwand. So, jetzt brauchen wir noch mal. Gehrechen, Leute! Ich sehe nichts. Ach Scheiße, ach Menno, schnau zu voll. Nochmal. Nicht gut. So, wie weit er? Die Jungs sind ja alle Waffen gleich stark irgendwie. Der ist doch! Mein Gesichter! Ich werde dich finden! Ich finde den! Ich finde den! Komm mal! Schnapp doch! Er ist hier! Nee, wisst er wo ich bin! Sucht weiter! Sucht ihn! Wer ist hier? Er ist hier! Findet ihn! Sucht weiter! Haltet die Augen auf! Ich werde dich finden! Sucht ihn! Sucht weiter! Schaut euch mal! Jetzt! Schaut euch aus! Ich geh mir grad alle auf den Sack hier, die Deutschen Klar, durch Wände schießen, kann ich die Wände schießen So, irgendwie macht mir das Spiel gerade null Bock, muss ich sagen Zack, letzter Schuss Sucht ihn Kontakt, steh weit an Wir haben Abbau Halt ihn Darin Renn runter Genau Sollten wir aber auch alle haben Oder? Irgendeinen vergessen Komm her, komm her Warum geht's auf die Rambo, man Warum geht's auf die Rambo Art Das ist mir grad unbegreiflich Ja Das ist wirklich Okay, hier ist der Fein Die Ecke linzen Hm, noch nicht Schaut euch auf Oh, da ist zum Beispiel einer Haltet die Augen auf Halt die Augen auf Hup Hup Na hallo Sucht weiter Hier drüben Hier, was Ach So Soll das aber nun echt gewesen sein mit Blöden Nazis Ne Doch Was ist passiert? Das gleiche was mit dir passieren wird Oh die ist getötet Da weißt du was Fällt ein einziges Gerät vom Die Call of Duty-Mariante funktioniert hier ein Mann frei in dem Spiel Gut ab Oder eher nicht Als habe ich mir gerade von so einem Sniper-Spiel nicht wirklich gewünscht Dass ich hier alles in der Rambo Art durchmähen kann Ist ja auch kein bisschen linear das Spiel Aber na gut Ich sollte mich aufhören über das Spiel zu beschweren Oder historische Ungenauigkeit Ich hoffe mal die restlichen Missionen werden etwas besser So, zack, zack, hier bis ganz rauf Sie hatten mir ein 43 gelassen CF4 Fernrohr Vierfache Vergrößerung Nett Aber keine Zeit für eine Probefahrt Die Deutschen halten mich wie erwartet gesehen Ach Irgendwann Leute Das geht doch nicht Komm Wo ist hin? Wo ist hin? Wo ist hin? Du Nicht Ich 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 Jetzt frage ich mich Wo ist der Typ? Wo ist die Flasche neben dem? Ist das ein Achievement wenn wir die Flasche zerstellen? Ja Ja Das ist es Oh nicht schlecht Funktionieren wir erstmal auf Ok Aber ich würde meinen Wie das weitergeht mit unserem neuen Gewehr 43 Werden wir in der nächsten Folge sehen Ich hoffe dann habe ich ein bisschen bessere Laune und das Spiel wird besser Ich wünsche euch daher noch einen Schönen Tag Viel Spaß bei meinen restlichen Videos Denkt dran Liken, Subscriben, Abonnieren Immer wie ihr lustig seid Ich freue mich über alles Und Vielen Dank Bis zum nächsten Mal